Hallo, der Captain Knurke wieder hier, mit einer neuen Folge von Superhero Squad Online, Folge 79, heute unterwegs mit Iron Man, in der Mission Super-Sized and Magneticized. Gut, lassen wir mal laden und mal schauen, was Mr. Stark heute zur Rande bricht. Ich glaube allerdings, dass ich hier beim Boss versagen werde. Aber wir werden sehen, vielleicht überrasche ich mich ja selbst. So, sehr schöne Funktion. So, Nummer 1. Zack, haben wir es erledigt. Sehr schön. Guck, dann geht es hier weiter. Lebaguette lassen wir mal liegen. Baaah! Na komm, komm her, grüner Dreckskerl. Lebaguette haben wir mitgenommen, na gut. Beamen und weiter geht es. So, ran da. Ach so, fertig. Was denn hier? Pack deine Greifer bitte ein. Kleine Mistratte. So. Dummdi-dum-dum. Das hätte ich vielleicht so nehmen können. Egal, springen wir einfach mal hier hoch. Und drücken wir mal fein sauberlich den Knopf. Und dann geht es jetzt mal los, würde ich sagen. Oh, oh. Kleine Mistpfannentöpfe. Dingsbums. Aber die kriegen wir auch echt genau. Erdbeeren sammeln und dann wegbeieben. Ui. Und da sind wir schon. Mit einem Knopf. Das hat mir gar nicht gefallen, glaube ich. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber das ist mir völlig egal. Aha. Weg sind sie. Ein paar Sternchen. Die hätte ich nicht mehr gebraucht, aber egal. Je mehr Obst, desto besser. Und weggebeamt. Jawoll. Weggebeamt. Kommt schon. Hm, da ist ein schöner roter Knopf. Was passiert da? Ach, guck an. Hm, ich glaube, das hätten wir sparen können. Da hätte es noch andere Sachen gegeben. Aber egal. Schnappen wir uns das. Schnappen wir uns noch das Sternchen. Und dann beamen wir uns wieder weg. Luh, 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 luh. Und das immer schon, mit einem roten Knopf. So, das nehmen wir mal mit. Und dann gehen wir mal hier ran. Schaden haben die aber nicht genommen, dadurch. Schade, halt. Oh. So, jetzt ist so blind. Job. Und drücken bitte einmal. Hm, kann ich die Dinger aufnehmen? Kann ich die aufnehmen? Oh, ja. Hat mir natürlich jetzt sehr viel genutzt. ach das kann doch nicht so gut aber ich habe hier noch einen Knopf wenn ihr mir schon alles versaut habt dann gibt es jetzt Haue auf auf mich zu schießen alte Rasselbande noch wer? Na? hat noch wer Lust? Na? 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 Oh! Absolut abgeschlossen! Iron Man Abschnitt 2 oh das Laden ging aber flott ob das ein gutes Zeichen ist? und was willst du noch? hier gibt es wieder einen Knopf wie süß so hier gibt es wieder einen Knopf wie süß schnell den Knopf drücken schnell den Knopf drücken einmal bitte diesen hier und dann wieder draufhauen komm schon mach ihn weg mach ihn weg so Sternchen nehmen wir noch mit und dann nehmen wir auch mit und jump ne beep Entschuldigung soo ein bisschen speed hallo hallo na kommt ihr auch weißt du nicht wie lange der oder wie weit das ist ach da ist er ja schon dann drücken wir mal den Knopf und dann seid ihr alle erledigt so bumm bumm weiter geht's komm waa alter schrede das hat gezogen würde ich sagen ah gott das will diese jetzt ins Bügeleisen ja na toll und Töpfe in Gemeinschaft so ach lebst du noch? mhm jetzt springen wir aber mal scheeeeeeener Sprung scheeeeener Knopf da drücken wir auch noch was ach guck an wie es ist was haben wir denn hier feines Speed und Dings und hey Speed hab ich gesagt sooo der Knopf ist wieder da hallo und weg mit euch da bach bach so ich glaub das wars ne joo es lebt keiner mehr springen wir mal zum nächsten Knopf bum 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 was gibt es hier mehr Rüstung für das ist nicht unbedingt aber egal einmal bitte feuer bam 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 und sie alle weg sind sie tot sind sie tot was wer schießt da du kleiner mistiger drecks kobold aus Metall na willst doch einer? kriegste sooo banane nehmen wir mit und power up jump hallöchen hallöchen ach komm komm mal auf mit den spülchen klären wir das mit renner ha oder wie weicher war schlapp und guten Tag jo ich seh grad da ist ja noch ein Knopf den können wir gleich mal drücken dann schicken wir noch ein flammendes entferne hinterher und dann erledigen wir den hier noch bach 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 oh was soll denn das? was macht ihr hier? ich seh den Knopf nicht das ist natürlich jetzt ein Mist ok ich muss die erstmal weglocken so viel steht fest dann nehmen wir das hier mehr Rüstung und da kommt mehr Schaden und jetzt aber Knopf gedrückt und weggepflückt uahahahaha hmmm klammendes Inferno Freunde war's das? herrlich? ja die Witzfiguren alter ich hatte kein Problem so jetzt kommen wir zum Boss ich denke mal ähm ja wie gesagt ich glaube Magneto haut mir mächtig in die Fresse weil ich glaube nicht wirklich weiß wie ich den besiegen kann und ich hmmm ich hoffe ich werd nicht sauer na los so Magneto da bin ich was hast du vor zu bringen? was soll das denn? hm das Buch ist ein Fernkämpfer das war wohl nix das könnte ich zum Vorteil nutzen irgendwie ok ouch naja ok ich erinnere mich an diesen fiesen Trick so wir brauchen noch die Abgarier das war wohl nix gut jetzt haben wir sie naja ok ok lauf baby so ah verflucht trifft ihr so fissern mich auch noch nein lass mich zufrieden au ich renne natürlich voll rein ist ja völlig klar ey was soll denn das ich mache doch hier gerade nur Mist ok ok das war wohl nix also ein Versuch der möchte ich daneben gehen ich fühle die Abwehr ja gib sie mir da leben da leben da leben jetzt werde ich langsam mute ich muss von mir so gut nehm ich gerne mit sehr schön ja manchmal klappt auch was da kommt irgendwann das gut hier so so viele brauchst du doch gar nicht so viele brauchst du doch gar nicht so viele brauchst du doch gar nicht und daneben mein Freund da ah der war gut konntest du doch jetzt mal richtig durchziehen sehr fein auch die augen fasst wir überleben den scheiß jetzt jetzt aber und erledigt tatsächlich magledo ist down dämliche ratte ich hab dich ich hab dich so jetzt brauchen wir nur noch Adamantium und dann bin ich vollends zufrieden na komm das geht doch besser ja jetzt Kombos kommen wir zu den wichtigen die Spannung steigt jawoll Baby Adamantium gut Freunde ich denke das war's für heute wir sehen uns beim nächsten Mal ne tschö tschö